Hallo ihr Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die Easy und in diesem Video habe ich wieder wahnsinnig viele Beauty News für euch. Unter anderem von Pat McGrath, Revolution, Colourpop, Beauty Bay, Tarte, Anastasia Beverly Hills hat zwei neue Paletten rausgebracht. Wir schauen uns die neue Huda Palette genauer an. Ich habe eine echt abgefahrene Glücksbärchis Kollektion gefunden, außerdem eine Vampire Diaries Kollektion und eine mit Iris Apfel, die auch richtig cool ist. Wenn du da also Lust drauf hast, dann bleib dran. Bis gleich. Hallo meine Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Ja, diese Woche ist wirklich Spooky Edition. Es gibt so viele Halloween Kollektionen. Ich sag's euch, ich glaube Revolution bringt allein drei raus oder so, zwei oder drei. Wir werden sie uns anschauen. Ich habe diese Beauty News wirklich eindampfen müssen. Ich muss hier gerade sehr viel löschen aus meinem Rechercheordner, damit das nicht zu lang wird, denn es ist wirklich sehr viel Zeug, was gerade auf uns zukommt. Deshalb fange ich jetzt einfach direkt an. Eine Kollektion wollte ich nicht löschen und zwar die von Wet n Wild, die Mood Infused Cannabis Stavia Kollektion. Ja, das ist eine Kollektion für alle, die so ein bisschen moody sind. Die ist irgendwie mit Hanf. Das soll einen dann vielleicht wieder ein bisschen happier machen, keine Ahnung. Jedenfalls gibt es in der Kollektion zwei Lidschatten Paletten. Eine, die eher so lila, grungy ist irgendwie und die andere ist auch grungy mit, ich würde es nicht Farben nennen. So sehr gedimmte Farben, aber ein bisschen heller. Ich finde die beide wirklich cool. Mir gefallen beide gut, ehrlich gesagt. Ich bin bei diesen Kollektionen immer nicht sicher, ob sie nach Deutschland kommen bei Wet n Wild, aber manche von den Sachen kommen eben rüber und manche nicht. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Naja, jedenfalls gibt es in der Kollektion auch zwei Blushes, die ich auch echt interessant finde, muss ich sagen. Der eine ist so ein, ja, so Wassermelonenfarben schon fast und der andere könnte auch ein Bronzer sein. Das sieht total, der ist eher so beige, bräunlich. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ähm, finde ich ganz spannend. Es gibt außerdem Lip Kits mit Lip Linern und Lip Glossen. Die sind dann ja auch so ein bisschen Wassermelonenfarben irgendwie. Es gibt auch transparente Lip Glosse. Da gibt es wohl mehrere, habe ich nicht ganz durchblickt. Und dann gibt es noch was, was ich richtig putzig finde und zwar einen Make-up Schwamm, der die Farbe ändert, wie so ein Stimmungsring. Der ist weiß und wird dann, ich habe keine Ahnung was, wird der schwarz? Ich weiß es nicht, aber ich finde das lustig. Auch wenn es unnötig ist, aber es ist lustig. Dann eine Mini-News. Ich habe dazu nur dieses eine Bild, aber das ist eine Grinch-Kollektion von Make-up Revolution. Ich weiß nicht, ob die die mittlerweile schon veröffentlicht haben. Jedenfalls wird es wohl einen Grinch-Weihnachtskalender geben mit dem Inhalt, den ihr da auf dem Bild seht. Dann von Unearthly Cosmetics, das ist ja das ehemalige Alien Cosmetics, kommen vier neue Lidschattenpaletten zu Halloween raus und die sind alle vier so Scream Queens gewidmet. Da gibt es eine für Morticia Adams ist das, glaube ich. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber die mit der weißen Haarsträhne, das ist doch Morticia Adams. Dann dem einen Mädel aus dem Hexenfilm. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß im Film, aber das war quasi die böse Gegenspielerin. Die fand ich auf jeden Fall sehr cool. Finde ich lustig, dass es da eine Palette gibt. Eine zu Beetlejuice, zu Winona Ryder, also dem Charakter, den sie in diesem Film Beetlejuice spielt. Und einen zu Alaya, die ja leider verstorben ist bei einem Flugzeugunfall vor vielen, vielen Jahren. Die hat auch in so einem Horrorfilm mitgespielt. Irgendwas of the damned. Weiß nicht mehr genau. Jedenfalls, sie kriegt eine Palette mit mehr Farben. Die anderen haben zwölf Farben, ihre Palette hat zwanzig Farben. Ich muss sagen, ich finde alle vier cool. Ich finde das auch, ich finde das ist eine coole Kollektion irgendwie. Die wollte ich euch unbedingt zeigen. Aber jetzt hauen wir richtig auf die Kacke und zwar mit Pat McGrath, der Holiday Kollektion. Und mir ist da schon ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, wie viele Produkte das sind. Wir gehen sie einzeln durch. Ihr habt sie wahrscheinlich schon gesehen, aber wir gehen sie trotzdem einfach nochmal durch. Also, es gibt eine neue Mega-Mothership-Palette. Die Celestial Nirvana. Und die besteht aus 18 Farben. Die Hälfte ist matt, die andere Hälfte sind Schimmer oder metallische Töne. Sehr viel bunt für Pat McGrath. Nicht meins. Ich finde es richtig cool, dass sie endlich mal ein bisschen Farbe bringt. Aber ich persönlich mag die Farbe lieber in den Schimmern als in den Matten. Und hier sind die fast alle Matten, die die krassen Farben haben. Und die Schimmer sind alle irgendwie Gold, Rosé. Bis auf dieses eine Hellblau. Das spricht mich nicht so an. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Was mich leider sehr viel mehr anspricht, sind diese neuen Fünfer-Paletten, die eine neue Formulierung auch haben sollen. Da gibt es eine Variante, die so ein bisschen rosiger ist. Da gibt es jeweils ein matter Ton mit drin. Die anderen sehen sehr foiliert und schimmernd. Und das Schimmern ist untertrieben. Die sehen richtig wummsig aus. Sehr, sehr schön. Diese untere, diese goldig-schwarze da, die ruft meinen Namen. Die werde ich mir holen. Die muss ich haben. Dann gibt es auch noch zwei Blush-Paletten, wobei die bestehen nicht aus nur neuen Bluschen. Also die Blushes, die da drin sind, die sind nicht neu. Jedenfalls nicht alle. Einige davon sind neu. Einige davon gibt es schon. Und jeweils ist auch noch ein Highlighter dabei. Und die sehen auch, finde ich, sehr, sehr schick aus. Aber da werde ich mich zurückhalten, weil den Blush, den ich davon haben will, den habe ich quasi schon. Deswegen, ja, brauche ich die nicht. Aber die sehen sehr süß aus, finde ich. Gefällt mir echt gut. Und dann gibt es, oh Gott, diese Highlighter. Ja, es gibt einen neuen Limited Edition Highlighter und einen Blush. Dieser Highlighter lässt mich ein bisschen sabbern. Und ich finde dieses Pressing da drin ja sowas von schön. Also das ist auch, ich weiß nicht, das ist auch schon kein Pressing mehr. Das sieht auch schon so richtig rausgekarft aus, so richtig rausgeschnitzt. Mega schön. Und den Blush finde ich auch sehr, sehr schön. Da werde ich wohl schwach werden. Mhm. Naja, naja. Dann gibt es noch Lippenstifte. Einen in einem Nude und einen in einem Rot. An denen kann ich vorbeigehen. Das schaffe ich. Aber die sind auch ganz hübsch. Die haben halt so ein Special Muster auf der Verpackung. Und außerdem gibt es noch die Fetish Eyes Mascara. Oder nein, ich glaube es ist die Dark Star Mascara. Die normalerweise golden ist. Die gibt es jetzt in drei Farben. Einmal in Türkis, einmal in so einem Blau und einmal in einem Pink. Ja, ohne das kann ich auch leben zum Glück. Außerdem gibt es noch so Lip Kits mit einem Bundle mit einem Lipgloss, einem Lippenstift und einem Lip Liner und ein Bundle mit zwei Lippenstiften. Das sind glaube ich so Mini-Lippenstifte. Und dann gibt es noch einen schwarzen Eyeliner, den es schon mal gab. Der wird einfach nur re-released, weil er oft nachgefragt wurde anscheinend. So, dann waren wir bei den teuren Sachen. Dann sind wir jetzt bei den günstigen Sachen. Und zwar von Revolution kommt die Beetlejuice LE. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich werde mir davon nichts kaufen, weil ich von der Qualität von Revolution nichts halte. Und immer wenn ich was kaufe, werde ich darin irgendwie wieder bestätigt. Aber ich finde diese Kollektion richtig cool gemacht. Ich finde sie, mir gefällt die optisch echt gut. Da haben wir wieder einen Haufen Sachen natürlich. Es gibt diese Make-Up-Tasche mit den Pinseln, mit diesen grünen Haaren, einem Handspiegel, Nägeln, einem Make-Up-Eye und Lashes. Ich bin nicht sicher, ob das ein Bundle ist. Es wirkt irgendwie so. Ja, das finde ich alles irgendwie cool. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin auch ein großer Beetlejuice-Fan. Dann gibt es eine große Lidschattenpalette, die man so aufklappt, wie so Türen. Die sieht, wenn sie geschlossen ist, aus wie das Hemd von Beetlejuice. Innen die Farben sind in kleinen Käferpfändchen. Ich weiß, ich habe mich neulich über die Oliven aufgeregt und die Käfer finde ich jetzt aber cool. Ist so. Ich finde die cool. Ich werde sie mir nicht kaufen, aber ich finde sie cool. Mir gefällt auch die Farbzusammenstimmung. Ich finde einfach, es passt zum Thema. Das ist einfach gut umgesetzt. Weniger spannend finde ich diese Highlighter-Palette. Es gibt auch noch zwei kleine Lidschattenpaletten, wobei die eine so einen Käfer als Spiegel hat. Was ich sehr witzig finde. Ich glaube, das ist der Spiegel. Oder vielleicht ist es auch nur aufgedruckt. Die andere ist in Form von einem Haus. Ja, finde ich auch witzig. Finde ich witzig. Wie gesagt, ich werde mir nichts davon holen, aber ich finde es witzig. Es gibt auch zwei Lippenstifte, die diesen Käfer drauf haben. Auch wieder in Rot und Nude. Das sind irgendwie gerade die Farben, die angefragt sind anscheinend. Jedenfalls die produziert werden. Rot und Nude. Außerdem gibt es Eyeliner in, ich nenne sie jetzt einfach mal Beetlejuice-Farben. Finde ich gut gemacht. Ich finde es gut. Dann gibt es noch eine Mini-News von Smashbox. Die bringen wieder auch so eine Horror-Kollektion raus. Das haben die letztes Jahr, glaube ich, auch schon gemacht. Mit Chucky, die Mörderpuppe und so. Da ist Frankensteins Monster auf Lippenstiften und jeweils auch auf Liquid Eyeshadows. Finde ich ganz cool. Auch in diesen klassischen Halloween-Farben. Und dann habe ich einen Nachtrag zu, ich glaube, letzter oder vorletzter Woche. Und zwar von Revolution, die Game of Thrones LE. Die ist noch größer. Da sind noch Produkte dazugekommen irgendwie. Und zwar einmal ein Bundle mit drei Paletten. Also ich glaube, man kann die nur so im Set kaufen. Ich bin nicht ganz sicher. Diese drei Paletten, ihr seht sie da. Einmal Lannister, Targaryen und Stark sind da jeweils die Wappen drauf. Außerdem gibt es auch drei Lippenstifte dazu, die auf diesem Bild irgendwie alle gleich aussehen. Drei Nudes. Und dann gibt es noch so eine Winter is Coming Edition oder ein Set mit Lashes, einer Lidschattenpalette, einem Setting Spray und so einem eisig-weißen Lipgloss. Und dann gibt es natürlich noch den Game of Thrones Adventskalender. Den habe ich euch schon mal gezeigt. Ich zeige ihn hier nochmal kurz. Der ist jetzt auf jeden Fall verfügbar. So, dann ist wieder Halloween. Wieder Halloween angesagt hier bei mir bei den Beauty News. Und zwar von Colourpop kommt eine Hocus Pocus 2 Kollektion. Ich glaube, es gibt ja den Hocus Pocus 2 Film. Es gibt Hocus Pocus und dann, glaube ich, gab es letztes Jahr eine Neuverfilmung, richtig? Und jetzt gibt es, glaube ich, die Neuverfilmung, den zweiten Teil. Oder habe ich was falsch verstanden? Jedenfalls gibt es die Hocus Pocus 2 Kollektion von Colourpop mit einer Lidschattenpalette. Selbstverständlich, bitteschön. Sie hat auch die typischen Halloween-Farben irgendwie. Das ist Pumpkin Orange, Lila und Grün. Das sind die Halloween-Farben. Genau, die sind alle in dieser Palette drin. Sind auch wieder matte und schimmernde Töne. Colourpop halt. Sieht sehr cool aus, finde ich. Gefällt mir gut. Auch mit diesen Pressings in den Pfändchen. Die sehen immer spannend aus. Dann gibt es drei von diesen, wie heißt ihr nochmal, von diesen Jelly Match Shadows. Genau, das sind so, ja, Gelee-Shadows, die man drauf macht. Das ist eine ungewöhnliche Textur. In Orange, in Lila und in Weiß. Außerdem gibt es eine lilane Mascara. Die finde ich auch ganz cool. Und selbstverständlich auch Lippenprodukte. Lipgloss auch in genau diesen Farben. Das sind, glaube ich, diese Lipgloss-Formulierungen. Und dann gibt es noch so Öhrchen, die man sich dran machen kann. So Haarspangen quasi. Das finde ich ganz süß. Das wird bei der Fisro voll gut funktionieren. Außerdem einen grünen Highlighter, den ich auch irgendwie ganz cool finde. Ich hatte neulich das Thema mit dem grünen Highlighter schon in einem anderen Video. Aber der gefällt mir jetzt auch wieder. Ich werde ihn nicht kaufen, aber ich finde ihn ganz interessant. Dann wollte ich euch was zeigen von Claire de Peau. Einfach nur, weil es so bougie ist. Als ich das gesehen habe, dachte ich, wow, das ist ein silberner Pokéball. Sieht aus wie ein Pokéball mit einer Creme drin, die irgendwie unverschämt teuer ist. Es gibt in dieser Kollektion auch einen Lippenstift. Das ist die Anniversary Radiant Sky Kollektion, nennt sich das. Genau. Es gibt einen Lippenstift, der sehr, sehr fancy ist in mehreren Farben. Es gibt so eine Art Amulett. Da bin ich ehrlich gesagt nicht sicher, ist das jetzt noch... Ist das einfach nur Schmuck oder ist da irgendwie Make-up drin? Oder was ist damit los? Es sind auf jeden Fall Preise von 13.000 britischen Pfund. Kannst du dir in Euro umrechnen. Ich glaube nicht, dass irgendwer von uns sowas kauft. Aber ich wollte es euch mal zeigen, was so abgefahren ist. Dann was, was immer noch teuer ist, aber was man sich eher leisten kann. Und zwar neue, nochmal Fotos von den kommenden Charlotte Tilbury Face Paletten. Und es sind jetzt auch Bilder von Lidschatten aufgetaucht. Also die beiden Face Paletten, wie gesagt, die habe ich euch eh schon mal gezeigt. Aber es sind jetzt so Single Lidschatten aufgetaucht. Das finde ich kurios irgendwie, weil es sind keine Creme Lidschatten oder so. Es scheint, als wären es einfach normale Single Puder Lidschatten. Ja, in so einem bronzefarbenen, einen eher turbigen und einen, der ehrlich gesagt genauso aussieht wie der vorherige. Wobei, da bin ich mir echt nicht sicher, ob es jetzt zwei oder drei Farben sind. Es hieß aber immer, es gibt drei Farben. Und von außen haben die da so kleine Steinchen drauf im Bund. Irgendwie so ein bisschen wie die Infinity Stones aus dem Marvel-Universum. Finde ich ja ganz, ganz witzig. Allerdings, ja, Single Lidschatten benutzt das noch jemand? Selten, oder? Naja. Jedenfalls. Dann gibt es auch eine neue Palette von Beauty Bay. Und diese ist eine riesen Palette, die ist riesig und ist sehr, ja, pink. Also ist relativ monochrom, schon ein Farbverlauf. Ich weiß auch mindestens eine Zuschauerin, die sich darüber wie ein Schnitzel freut und ich gönne es dir. Aber für mich wäre die tatsächlich nichts. Aber ich wollte sie euch trotzdem zeigen, für alle, die es interessiert. Dann gibt es von Tarte eine neue Creme Foundation. Die wird es in 16 Farben geben und es kommt auch ein Pinsel raus für die Foundation. Den muss man, glaube ich, einzeln kaufen. Aber, ja, genau. Keine Ahnung, ob die gut ist, aber ich wollte sie euch zeigen. Dann gibt es einen kleinen Sneak Peek auf einen neuen Highlighter von Rare Beauty, der in dem gleichen Compact ist wie diese Creme Blushes von Rare Beauty. Wie ich immer so in imaginären Tiegeln rumhöre, gell? Ja, jedenfalls genau, kommt ein Highlighter in diesem Format raus. Und ich finde, der sieht irgendwie ganz spannend aus, ehrlich gesagt. Ja, dann sind wir bei der Huda-Palette. Die habe ich euch neulich schon angeteasert. Jetzt hat man mehrere und bessere Bilder dazu. Und sie ist irgendwie eine Mischung aus Paletten, die Huda schon gemacht hat. Ich sehe hier total die Naughty Nude. Und eine Mischung aus der My Dreams Palette von Natasha Denona, der neuen. Also irgendwie sehe ich dieses Farbspektrum. Wenn man sich die Swatches anschaut, ist sie zur einen Hälfte, sieht sie aus wie die My Dreams Palette von Natasha Denona, diese Seite. Und das hier sieht aus wie die Bronze Palette von Natasha Denona, so super warm. Oder eben die Naughty Nude sehe ich hier auch ein bisschen. Ich finde, das ist eine coole Palette, aber die ist mir zu reprä... Also ich habe die einfach schon gefühlt. Ich habe die schon. Ich weiß nicht. Und ich habe sie schon sehr oft gesehen auch gefühlt. Mich spricht sie nicht so an. Aber es sollen mehrere neue Formulierungen drin sein. Zwei Gel-Lidschatten, die aber nicht so sind wie dieses Gel mit den kleinen Bobbeln drin, was ich letztes Mal da hatte. Besondere Powder Metallics und Crushed Flake Gold und keine Ahnung. Es sollen besondere Texturen da drin sein. Das glaube ich gerne. Es sieht auf jeden Fall alles schön saftig aus. Da sage ich nichts dagegen. Ja, und es kommen noch ein paar andere Sets. Und zwar so ein Lippenset mit einem Lip Liner, einem Lip Gloss und einem Lippenstift. Vermute ich. Ich bin nicht ganz sicher. Ich habe keine anderen Bilder dazu gefunden. Außerdem, auf diesem Bild seht ihr noch einen Single Highlighter, der von ihr rauskommen wird. Der auch wieder diese, ich glaube, er hat wieder diese Schimmerkugeln in Gel. Ich bin aber nicht ganz sicher. Es ist schwer zu sagen von dem Bild. Und es gibt so Special Editions von ihrer Mascara und so in Gold. Dann, das hat mir auch eine Zuschauerin mich markiert auf Instagram, Brad Pitt bringt jetzt eine Hautpflegemarke raus, weil er sich von Gwyneth Paltrow inspiriert fühlt. Das finde ich ein bisschen lustig. Die Sachen sind alle irgendwie abartig teuer. Also, ich würde gerne mal wieder mit der Beauty- oder Skincare-Welt zu tun hatten. Dann auch noch Gwyneth Paltrow als Inspiration haben. Try again, Pitt. Ja, dann was, was ich wieder sehr spannend und tatsächlich innovativ finde. Ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde, aber ich finde es spannend. Und zwar von Hipdot kommt eine neue Glücksbärchiskollektion raus, die Care Bears. Was ich aber so spannend daran finde, ist, dass diese Bärchen, die ihr hier seht, Lidschatten sind. Also gebackene Lidschatten, die aber wirklich eine komplette Skulptur sind. Die sind nicht in einem Pfändchen drin, die sind eben in so einem Ei drin. Das Ei machst du auf und dann nehme ich an, du gehst mit dem Pinsel irgendwie auf dieses Bärchen und benutzt es dann. Mich sprechen die Farben nicht an. Ich bin auch kein großer Glücksbärchen-Fan oder so. Aber ich finde das echt sehr innovativ. Sowas habe ich noch nie gesehen. Und ich finde es abgefahren. Ich weiß nicht, ob ich es sinnvoll finde. Ich meine, praktisch ist es sicherlich nicht. Ich glaube nicht, dass es irgendeinen anderen Vorteil hat, außer dass man halt so eine richtige Skulptur daraus pressen kann. Aber es ist schon mal was anderes. Ja, dann sind wir bei der Halloween-Kollektion von Revolution. Und die heißt, wie heißt die denn? Creator Revolution? Nee, Escape to the Carnival of Curiosity. Genau. Die finde ich auch gut gemacht. Finde ich auch gut gemacht. Muss ich Revolution lassen. Manchmal können die die Zusammenstellung echt gut, wenn die Qualität nicht so mehr wäre. Naja. Jedenfalls besteht diese Kollektion aus Nagellacken. Ein bisschen random, aber die sehen echt aus wie so Weihnachtsfarben. Auch dieses Grün mit dem Rot und so. Sieht irgendwie sehr weihnachtlich aus. Ja. Dann einem Lipstain in Rot. Einem Lippenstift mit so einem Totenkopf drauf. Das ist ein schwarzer Lippenstift. Ich werde mir den auch nicht holen, aber der finde ich sieht auch wieder ganz cool aus. Außerdem ein Liquid Lipstick auch in schwarz und einen schwarzen Lip Liner, Eyeliner, keine Ahnung, Liner. Außerdem gibt es eine Lidschattenpalette mit einem super coolen Grusel-Clown-Mädchen vorne drauf. Die sieht halt so richtig schön wie so ein Grusel-Zirkus aus. Das gefällt mir echt gut. Ja, und die Farben in der Palette gefallen mir auch. Wie gesagt, ich werde sie mir nicht kaufen, aber die haben auch so ein Pressing, so ein Muster reingepresst und so gepresst. Weißt du? Reingepresst. Ja, finde ich auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde es cool, aber ich weiß nicht, wo. Es gibt noch zwei andere Paletten. Eine sehr warme Standardpalette, würde ich mal sagen. Und eine sehr außergewöhnliche, unfarbige Palette, einfach in Grau, warme Graus und kühle Graus. Das finde ich so gut. Ich kann es mir trotzdem nicht holen, aber ich finde diese Palette spannend. Und dann gibt es noch eine Special Effects Creme Farben Palette, also eine, wo man dann so Face Art machen kann. Haben wir jetzt auch schon ein paar Mal gesehen, sowas gibt es ja auch immer von NYX. Ja, das finde ich auch cool. Also vor allem sowas von günstigen Marken zu haben, zum Ausprobieren zum Beispiel. Dafür finde ich das tatsächlich echt super. Ja, und Kunstblut gibt es wohl auch hier. Was ist das? Special Effects Blood irgendwie. Fake Blood Jelly. Dann habe ich selbst was entdeckt im DM. Und zwar, ich glaube, ich weiß jetzt, welche Marke BH Cosmetics ersetzt. Und zwar Art Deco. Es kann sein, dass ich mich irre, aber ich habe vorher noch nie ein Art Deco Aufsteller in einem DM gesehen. Also so einen richtigen. Und ja, da war er dann. In diesem Aufsteller waren auch zwei Limited Editions drin. Einmal diese All I See Is Magic, die ich euch letzte Woche vorgestellt habe mit diesen drei Paletten und jeweils den Mascaras dazu und so. Und dann noch eine andere, die heißt Tweet Your Style. Und ja, das ist, da ist die Verpackung auch mit so Tweet Muster und so. Die Farben sind die Standard Farben. Ja, aber die gibt es gerade im DM. Zumindest in diesem einem, die ich gesehen habe. Und ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt eben in die BH Theken kommt. Bitte schreib mir, ob das bei dir, ob du die auch schon entdeckt hast. Das würde mich interessieren. So, und dann sind wir bei der Vampire Diaries Kollektion. Da habe ich schon, also, ich muss mich outen. Ich bin auch ein großer Vampire Diaries Fan. Ich habe das super, super gerne geschaut. Team Damon übrigens. Jedenfalls gibt es, ist diese Kollektion von Lottie London. Deswegen glaube ich auch, dass man die hier kaufen kann, wenn sie denn dann rauskommt. Und in dieser Kollektion gibt es einen schwarzen Creme Blush, der aber bei Kontakt mit der Haut, mit dem pH-Wert reagiert und dann pink wird. Immerhin ist das was anderes. Einen schwarzen Creme Blush in der Form habe ich, glaube ich, selten gesehen. Ich glaube, Anna Sui hatte sowas mal. Naja, jedenfalls kommt dieser Creme Blush raus. Es kommt eine Lidschattenpalette raus, die ich farblich ganz ansprechend finde. Und schön für den Herbst, muss ich sagen. Mit diesem Blau und dem Grün, aber alles nicht schreiend. Alles so ein bisschen gedeckt, aber schon farbig. Finde ich ganz hübsch. Außerdem ein schwarzer Lippenstift. Guess what? Ja, pH-Wert. Aktiviertes Pink in Wirklichkeit. Außerdem ein Lippenöl oder so ein Lip-Tint mit Rot. Das ist ein Blood Veil-Tint oder so heißt das. Wie heißt das? Äh, äh, äh. Ja, ich weiß nicht bei diesem Gloss, ob das auch pH-Dingenskirchen ist oder ob das einfach nur, ja, ein Lippenöl mit Pigment ist, was ich mir vorstellen könnte. Äh, ja, ist auf jeden Fall rot, passt. Und dann kommen auch noch mehrere Eyeliner raus, die dann auch so Stempel an der Seite haben. Also auf der anderen Seite, das haben wir schon gesehen, sowas. Äh, aber einer davon ist Silber. Das finde ich auch ganz cool. Roter und ein silberner. Und ein schwarzer natürlich. Und dann sind wir bei der ersten Anastasia Beverly Hills Palette. Und zwar die Metal Rose Palette. Die hat das gleiche Format wie die Nouveau Palette, äh, von vor ein paar Monaten. Die ist auch gar nicht so alt. Es scheint so, als würden die jetzt wieder mehr Paletten raushauen. Naja, jedenfalls erinnert die mich auch von den Farben her. Es ist wie die warme Schwester von der Nouveau Palette irgendwie. Äh, teilweise sehr, sehr ähnlich. Das Packaging ist ein bisschen anders, weil sie eher so eine metallische Verpackung hat oder eine Metalloptikverpackung. Ähm, aber, ja. Ihr seht sie hier. Ich finde, sie passt ganz gut in den Herbst. Aber ich finde, sie ist die, ja, nicht ganz so schöne Schwester wie die Nouveau Palette. Irgendwie, weiß auch nicht. Und wenn die so krass Fallout hat wie die andere, dann... Hm, ja, meines Geschmacks Sache. Ähm, ja. Dann gibt es einen kleinen Teaser von Lethal Cosmetics. Äh, man weiß noch nicht, was es ist. Aber da steht, something is coming. Am 28. September wissen wir mehr. Und dann sind wir bei der zweiten BH Palette. Äh, ABH. Also Anastasia Beverly Hills Palette. Und zwar heißt die Glam2Go Palette. Äh, ist eine 8, 8 Pen, also 8 Lidschatten Palette. Äh, eher klein. Die Pfännchen sind auch kleiner als die von der, von dieser Metal Rose. Und, ähm, ich finde die sehr boring. Ich finde die, ich weiß auch nicht, mich spricht die überhaupt nicht an. Aber, äh, ich wollte sie euch trotzdem zeigen. Da weiß ich nicht, ob ich schon, äh, schönere Promobilder gefunden habe. Oder nur dieses eine Bild bis jetzt. Aber, äh, naja. Und dann, glaube ich, bin ich bei meiner letzten Kollektion. Äh, und die ist von Seattle London mit Iris Apfel. Und, äh, wenn du Iris Apfel nicht kennst, bitte google sie unbedingt. Sie ist echt eine richtig coole Frau. Sie ist eine Stil-Ikone. Und sie hat gerade ihren 101. Geburtstag gefeiert. Iris Apfel halt. Einfach nur so cool. Und wenn ich die sehe, dann denke ich immer an diese Frauen, die mir schreiben, Boah, Isi, ich finde das voll cool, die bunten Farben und so. Aber das kann ich in meinem Alter nicht mehr tragen. Da denke ich mir mal, schau dir Iris Apfel an. Was für eine saukoole Frau. Und, genau. Die hat eine Kollektion mit Seattle gemacht. Ähm, da gibt es zwei Lidschattenpaletten. Ich muss sagen, die passen gar nicht. Die Farben passen nicht zu Iris. Die sind, da ist nicht genug Farbe drin. Die eine ist super nudig. Und die andere ist auch super nudig. Ja, mit einem hellblau. Ähm, ja. Und dann gibt es noch drei Lippenstifte in der Kollektion. Einen, ich frage mich nicht, warum die Bilder hier so abgeschnitten sind. Das war ich nicht. Ähm, einen in diesem Pinkton. Einen in einem nudigen Ton. Und einen in so einem saftigen Orange. Den finde ich ganz spannend, ehrlich gesagt. Äh, außerdem gibt es einen superschönen Handspiegel. Für alle, die Handspiegel gerne benutzen. Und eine Kosmetiktasche. Auch mit Iris Apfel drauf. Ach, mein Herz. Ach, mein Herz schlägt da höher. Ähm, und es gibt noch Nagelsticker. Genau, die finde ich auch ganz cool. Aber ich bin nicht so der Nagelstickerträger. Aber, ja, wenn da Iris Apfel drauf ist, könnte ich da schon schwach werden. Und dann bin ich fast fertig mit meinen Beauty News. Ich habe nur noch eine Service News. Neue Kategorie. Und zwar, ähm, die Catrice Fall in Colors Kollektion. Die ich euch vor ein paar Wochen schon mal angeteasert habe. Diese Kollektion wird leider nicht nach Deutschland kommen. Äh, es gibt sie im österreichischen Catrice Shop. Da ist sie, müsste sie jetzt erhältlich sein. Und wenn man sie aus Deutschland bestellen will, dann muss man auf Pink Panda gehen. Da kann man die bestellen. Also, aber die wird es in Deutschland sonst nirgends geben. So, das waren meine Beauty News für diese Woche. Ich hoffe, es hat dir wieder gefallen. Ich weiß, es war ein Haufen. Es tut mir leid. Es ist einfach Vorweihnachtszeit. Jetzt schon im September gilt als Vorweihnachtszeit. Und da werden wir jetzt uhrgerissen mit Zeug. Äh, ja, ich hoffe, es hat dir trotzdem gefallen. Äh, lass mir einen Daumen da, wenn dem so ist. Lass mir ein Abo da, falls du hier neu bist und es dir gefallen hat. Hab einen wunderschönen Tag. Schreib mir einen Kommentar. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder, meine Lieben. Bis dann. Ciao. Ciao.